grüß gott internet und servus youtube wie sie merken ist der österreichische einfluss in dieser sendung immer noch sehr stark aber das wird sich jetzt ändern denn es wird sehr deutsch wir haben europawahl und sie werden zur wahl gehen und wir sagen ihnen auch was sie wählen werden seien sie darauf gespannt dann herzlich willkommen zu dieser wahl sondersendung die natürlich mit marcus fiedler stattfindet hallo direkt aus brüssel und wir möchten uns auf jeden fall bei unseren spendern bedanken es sehr nett was wir bekommen auf unser konto wir freuen uns immer sehr wenn wir drauf gucken dass tatsächlich leute unsere arbeit für so wertvoll halten dass sie bereit sind dafür geld auszugeben ist doch mal was auch wenn jonas da und felix nicht dazu gehören aber wir haben ja auch unsere neue homepage möchten wir auch noch mal darauf hinweisen also wir haben jetzt eigene homepage eigenen youtube kanal und wenn sie kurz mal vielleicht schauen wollen ja so sieht das aus wiki hausen und ja also das heißt dort ist alles jetzt eingerichtet mit spendenknopf und so weiter für unsere neue heimat wir sind nicht im streit mit gruppe 42 wir haben keinen kleinen krieg es gibt keine vier tanker die aus österreich angegriffen worden sind sondern wir verstehen uns immer noch gut mit stefan bartonek ich werde auch demnächst mit ihm wieder ein paar sachen machen wir haben es einfach entzerrt weil er doch andere sachen macht als wir machen okay aber eine sache hast du vergessen dirk schau mal da stehen die abonnenten bei uns ich habe da so ein altes bild sehe ich da das sind 1447 abonnenten und das neue bild sieht aber auch nicht wirklich viel besser aus 2967 abonnenten sind zwar mehr als vorher aber wo sind die anderen von den 20.000 also da frage ich mich doch nicht also liebe leute wir müssen also sie auffordern das haben wir gelernt wenn wir youtuber sind drücken sie jetzt auf diesen knopf da unten da steht abonnieren und dann drücken sie auch auf die glocke das ist jetzt verschärfte verhaltensaufforderung ich finde das hat ja in dieser sendung einen roten faden würde ich sagen also wir machen jetzt betreutes denken das wäre doch jetzt wikipedia oder okay also bleiben wir jetzt bei unseren leisten wir haben uns in dieser woche beschäftigen werden wir uns beschäftigen tatsächlich mit der europawahl weil ich hatte ja bei einer der ersten folgen war es glaube ich wo ich mitgemacht hatte ich gesagt mit wikipedia es ist so als wenn marcus söder den eintrag über die csu in wikipedia bearbeiten darf und es ist tatsächlich so also gucken wir es uns mal an wie marcus söder schreibt in der wikipedia wo das denn bitte seit wann schreibt denn marcus söder in der wikipedia marcus söder schreibt nicht aber ich habe gesagt das wäre was felix dort macht ist als wenn marcus söder da schreiben dürfte aber ich das hast du glaube ich noch gar nicht gesehen das ist tatsächlich bei der partei öko links um die es jetzt gleich gehen wird aber schauen wir erst mal welches bekannte gesicht wir dort finden und da haben wir natürlich zuerst die wunderbare jutta ditfurt die natürlich die spitzenkandidatin von öko links ist liste 36 zur europawahl das ist das was wir sagen unbedingt wählen ja wenn sie wollen dass es so weitergeht hier dann sind die richtig und jetzt weiter unten wenn sie gucken also lauter sympathische leute will ich ja gar nichts zu sagen und dann kommt unten ein bekanntes gesicht gerhard sattler auf der 24 und listenplatz 24 und gerhard sattler ist natürlich niemand anders als co pilot ja oder ehemals jesusfront also gerhard sattler ist dieser sympathische herr in der wikipedia der sich sehr intensiv mit dem thema 911 befasst hat und auch sehr intensiv mit dem thema dann jele ganzer befasst hat er war quasi unfreiwilliger dauergast in meinem ersten film zur wikipedia die dunkle seite der wikipedia ungefähr ab einer stunde 15 minuten wird es da richtig interessant und ja also eben also hier steht zum beispiel listenplatz 24 gerhard sattler melle musiklehrer aktivt in der geflüchteten arbeit das ist sehr schön das ist ja auch alles richtig was da steht aber ich finde irgendwie scheint immer was zu vergessen da müsste eigentlich auch stehen intensivtäter in der wikipedia und zwar ja ich will kurz mal reingrätschen weil es doch sehr schön ist ich werde dazu auch noch eine folie dann hier einreichen und zwar bin ich mal auf den eintrag ökologische linke bei der wikipedia gegangen und jetzt darfst du raten wer diesen eintrag verfasst hat marcus söder du darfst jetzt noch mal raten weil das tatsächlich das ist jetzt nicht abgesprochen wir haben vorher nicht drüber geredet wie viel prozent von der ökologischen linken von dem eintrag wikipedia ist von unserem freund co-pilot was glaubst du also du gehst ja schon davon aus dass ich denke dass es das gerhard sattler geschrieben hat okay also ich gehe davon aus dass ich denke dass es gerhard sattler als co-pilot in der wikipedia geschrieben hat okay wie viel prozent also wir sind ja neuerdings immer bei prozentwerten jenseits der 50 prozent ich sag mal 70 prozent 84,9 prozent des eintrags von der ökologischen linke ist von einem mitglied der ökologischen linke geschrieben das ist was ich meinte mit mit marcus söder also ich habe diesen scherz gemacht damals mit marcus söder schreibt über seine eigene partei ist es tatsächlich so das ist wikipedia also dein platz liste 24 macht den eintrag von der partei ich kann also jetzt nur alle parteien also andrea nahles so zum beispiel ich fände schön wenn frau wagenknecht ich sehr vermisse was zur linken schreiben würde aber das ist doch alles absurdes daran ja also das hat wie gesagt mit einem lexikon nur noch am rande zu tun also es gibt ja in der wikipedia wie wir schon mehrfach gesagt haben es gibt diesen interessenkonflikt den muss man mindestens aufdecken wenn man das schreibt das hat der co-pilot garantiert gemacht er hat einen interessenkonflikt aufgedeckt dass er nämlich kandidat für die partei öko links ist oder ökologische linke und dass er auch da das war das 84 prozent dieses artikels zur partei in der wikipedia schreibt hat er garantiert gemacht also das was sagst du hat das gemacht das blaue ist gerade vom himmel runtergefallen ich habe bemerke sehr kurze beine bei mir und ich glaube das haus ist einsturz gefährdet weil hier die balken irgendwie total runterhängen also natürlich nicht was haben wir also was erwarten wir denn wir erwarten doch nicht fairness und irgendwelche formen von geregelten verhältnissen oder irgendetwas was man als gutes benehmen oder sonst was bezeichnen kann es ist es ist wikipedia also so sieht es aus ja aber was du noch vergessen hast was du noch vergessen hast du hast vergessen zu erwähnen wo denn der gerhard sattler noch mitschreibt bei welcher partei das habe ich nämlich nachgeguckt okay gut habe ich vergessen zu erwähnen da darfst du mich wo aufhören wo der gerhard sattler schreibt auch zur afd und natürlich auch nur gute sachen über die afd also ich frage mich echt wie will man das rechtfertigen aber die brauchen also sie brauchen sich ja nicht zu rechtfertigen das heißt es ist eine partei die zur wahl antritt und die auch diese parteien muss sagen so wie die anderen behandelt werden hat einen anspruch auf fairness und so genau also das heißt dass wir die nicht wählen heißt nicht dass es niemand anders nicht tun darf und die regeln haben für alle zu gelten gleichmäßig natürlich eine von den regeln sollte sein dass niemand von der arde afd den eintrag von der arde macht niemand von der arde das sind jetzt freud sigmund und das andere ist dass doch bitte niemand von öko links den eintrag von öko links macht ich finde es unsäglich ja okay ja aber wir haben noch gar nicht erwähnt für die neuen zuschauer warum wir denn nun so so dafür sind dass jetzt alle öko links wählen sollen weil sowohl jutta von ditford oder jutta ditford wie sie sich jetzt jutta ditford das von hat sie sich aus dem namen entfernen lassen operativ und als auch der gerhard sattler zeigen ja eine gewisse affinität zum zum inflationären gebrauch vom wort antisemitismus und antisemit richtig ja also das ist ja bei beiden sehr stark vertreten jutta ditford hat da jetzt auch schon in einem gerichtsverfahren und wirklich eine klatsche kassiert kann man nicht anders sagen also das ist ja durch also sie darf es nicht sagen zumindest nicht bei der person die sie so betitelt hat dann haben wir den herrn gerhard sattler und da muss ich nun sagen haben wir ja eine detaillierte aufarbeitung seiner wikipedia aktivitäten und ich verfolge das jetzt ja schon seit vier jahren und mit steigendem unwohlsein es geht eigentlich also wenn man sich das anschaut vor allen dingen immer nur bei dem fall daniele ganzer der hauptfall ist dem wir in dem film die dunkle seite der wikipedia gehabt haben ist er sowas von stark manipulativ und wenn wir jetzt schon bei dem bei dem thema antisemitismus waren dann dann findet man da zum beispiel eine version form das muss ich hier weg ziehen vom 19 januar 2017 um 18 uhr 44 und da hat er es in zusammenarbeit mit dem jonas da geschafft dreimal das wort antisemitisch einzutragen und ich zitiere mal seine unterteilung in böse nato medien und gute alternativ medien vermittle ein zu simples bild der realität er gleite zu weilen in spekulative verschwörungstheoretische ab und stütze sich auch auf unseriöse quellen mit antisemitischen tendenzen kann man auf zeit fragen des früheren vpm verlages kopf also aus dem kopf verlag veröffentlicht damit gebe er trotzdem trotz eigener distanzierung antisemitischen verschwörungstheorien auftrieb das erkläre sein erfolg in der rechten und antisemitischen szene komma etwa bei den mahnwachen für den frieden also du lachst ich meine das für jemanden der sich damit nicht auskennt und und nicht weiß wer daniele ganzer ist und der also nun wirklich diametral mit also nichts mit dieser vorstellung zu tun hat von seiner person hier also dreimal das wort antisemitisch an einem kleinen absatz zu nennen mit einem mit einer person die damit nichts zu tun hat also hat nun wirklich gar nicht mit antisemitismus und am hute noch nicht mal noch nicht mal hauch davon ja er hat sich damit auch sagen wir etwas weniger damit zu tun als gerhard sattler ja also das wir haben ja bei gerhard sattler auch wieder so jemand der muss man schon sagen ganz militant leute in den geruch des antisemitismus bringt und das hat rufmordtendenzen also gerhard sattler den den ordne ich hier hat was mit antisemitismus zu tun das muss ich jetzt hier mal feststellen gerhard sattler hat eindeutig etwas mit antisemitismus zu tun das sollte eigentlich überall drin stehen weil überall wo gerhard sattler ist ist auch irgendwie dieser begriff antisemitismus taucht auf inflationär in vieler form also gerhard sattler hat mit antisemitismus zu tun also ich möchte einfach feststellen also das hier ist rufmord was er da betreibt ja und das und das ist nicht nur einmalig das das ist bei vielen vielen anderen personen der zeitgeschichte oder bei artikeln wo so personen gestreift werden er macht immer dasselbe ja also das ist wie ein roter faden man kann sich einfach mal seine konten jesusfreund sagen wir doch ist wie ein brauner faden bei gerhard sattler wir also ja also einfach mal die konten jesusfreund und kopeln und angucken dann sieht man was er da verbrochen hat ja und dann eine sache die mir wirklich ganz böse aufstößt das ist die geschichte dass er einfach quellenfälschung betreibt oder quellenfiktion ist das richtige wort also wir haben ja jetzt schon ich weiß es ist glaube ich das vierte mal dass ich auf dieses thema zurückkomme wir haben schon angesprochen dass bei dem artikel zu daniele ganzer in der wikipedia zumindest 2015 war ein absatz drin der der sagte in etwa dass also gregor schölgen einen historiker festgestellt hat also dass daniele ganzer total müll gemacht hat also er hätte da irgendwie von nato stay behind armeen in division stärke gesprochen das würde aber gar nicht der realität übereinstimmen so dann haben wir das auseinandergerufen und haben herausgefunden dieses wort division stärke kam überhaupt nicht in dem zusammenhang in daniele ganzers buch vor dann 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 gab es sozusagen den gegenschlag der wikipedia dann sagt er immer ja ja aber er hat doch was von 17.500 mitgliedern geschrieben und dann lesen wir das durch und wieder das gleiche also wir haben festgestellt ja natürlich aber er hat von 17.500 mitgliedern der tarnorganisation der stay behind armee gesprochen und nicht von der stay behind armee selber so und am ende stellt sich raus also dass dieses ganze ding von gregor schölgen ist total fehlerhaft gregor schölgen hat eine fehlerhafte rezension gemacht diese rezension kann man besonders für diesen abschnitt überhaupt nicht als zitat oder als zitierfähige quelle nutzen weil sie einfach falsch ist so und was macht jetzt was passiert in der wikipedia wir kreiden das an und der vieh der das zuerst eingetragen hat also dieser philip heide aus hamburg der geschichts- und lateinlehrer ist da glaube ich und jetzt irgendwo da im kultusministerium der hat dann also auch bereitschaft gezeigt ja ich nehme das wieder raus das ist aber irgendwie im sande verlaufen und stattdessen gucken wir drei jahre später drauf und dann steht sowas drin wie die von ganzer angenommenen mitgliederzahlen waren laut gregor schölgen von 2009 spekulativ quelle 25 es ist dieselbe quelle nämlich gregor schölgens rezension die fehlerhaft ist so und dann denke ich mir doch was ist hier los ja also wir wissen dass es falsch ist und jetzt gucken wir mal rein was der gregor schölgen geschrieben hat also hier steht die von ganzer angenommenen mitgliederzahlen waren laut gregor schölgen spekulativ und gregor schölgen schreibt wortwörtlich genau also das ist also ein faz artikel der im feuilleton abgedruckt wurde und das der hieß gladiatoren im kalten krieg so und da steht dann drin ich zitiere ob und in welchem maße gehlens organisationen beispielsweise in dem von den vereinigten staaten aufgebauten netzwerk engagiert war dass sich als technischer dienst auf die verfolgung von kommunisten und sozialdemokraten spezialisiert hatte und 1952 aufflog lässt sich erst sagen wenn die akten falls sie noch existieren zugänglich sind so aber sind spekulationen aller art tür und tor geöffnet das gilt zum beispiel für die dimensionen besagter truppen während ganser für die früheren 50er jahre von geheimen deutschen nazi stay behind armeen in division stärker ausgeht sprechen andere für die 60er jahre von weniger als 100 amtlichen hauptamtlichen bnd mitarbeitern etwa von 500 helfern so das ist das was was gregor schölgen sagt aber er sagt nicht dass daniele ganzer da spekuliert hat also es ist schon in der quelle nicht drin ja meinst du er sagt nicht dass er spekuliert hat nein das dürfte jetzt missverständlich so aber sind alle spekulationen so aber sind spekulationen aller art tür und tor geöffnet das gilt zum beispiel für die dimensionen besagter truppen und jetzt geht es dann weiter so und aber er sagt nicht direkt dass daniele ganzer hier hier also die zahlen spekulativ erhoben hätte hat er auch gar nicht weil er zitiert einfach quellen und die quellen sind korrekt zitiert wir haben es schon schon mehrfach gesagt das heißt also diese zahlen sind korrekt 17.500 offizielle zahlen und dann kommen halt 2000 leute in diesem technischen dienst und darin der dieser 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 stay behind armee mit dem 500 helfern die ja hier auch zitiert also das ist so eine stromann argumentation ist das ne du baust erst eine strohpuppe auf und dann und dann behauptest du also derjenige hätte es gar nicht gesagt aber hat er ja gesagt so jetzt kommt das war jetzt die fußnote 24 in dem wikipedia artikel deswegen hat er wahrscheinlich listenplatz 24 bei ökologen bekommen und das übrigens die definition habe ich ja mehrfach jetzt schon mitgekriegt also das heißt antisemitismus sagt man wenn leute sich konstant mit diesem thema beschäftigen ja also das ist ein guter indikator dafür dass sie antisemiten sind wenn ihr gesamtes gedankengebäude kreist um das thema juden und antisemitismus genau ist das ist ja eigentlich der fall bei unserem freund gerhard sattler also aus der eigenen definition müsste man sagen wiederum er hat eigentlich sehr viel mit diesem begriff antisemitismus zu tun also bringen wir es auf den punkt er schmeißt hier mit dreck die ganze zeit das ist das ist das ist das ist denunziation nenn es rufmord oder wie auch immer du es nennen möchtest es ist eigentlich justiziabel der hat nur glück dass dann die eleganze anscheinend nicht so klagefreudig ist ansonsten wäre er schon längst für diese sachen vor gericht gewesen und dieser gerhard sattler der in der wikipedia als co-pilot schreibt oder ehemals jesusfreund der lässt sich jetzt auf lüften platz wo kommt das eigentlich her wo kommt eigentlich das jesusfreund her der mann ist doch nicht christlich oder ich denke da war mal früher was also ich meine er hat er hat mal ein studium angefangen der der theologie wie gesagt dieser gerhard sattler der in der wikipedia als co-pilot ehemals jesusfreund schreibt ja lässt sich jetzt auf listenplatz 24 für die ökologische linke oder ökolinks in das europaparlament wählen oder bietet sich an also wenn jetzt hier das öffentliche interesse nicht gegeben ist dass man mal genauer durchleuchtet wer ist denn das eigentlich der sich da zur wahl stellt dann weiß ich auch nicht ja okay also ich denke das können wir hier abschließen folgen sie dem braunen faden zum listenplatz 24 von dem menschen der sich die ganze zeit irgendwie mit antisemitismus beschäftigt irgendwas damit zu tun hat wir wissen nicht genau was aber er muss etwas damit zu tun haben und ich bitte markus fiedler um das klingen lassen der europa hymne zur europa wahl also ökolinks wählen platz 24 folgen sie dem braunen faden ja gehen sie wählen genau unser befehl listenplatz 24 das ist die 24 denken sie 24 fußnote 24 listenplatz 24 und wenn weihnachten und neuer auf einen tag fällt also daran so nach diesen musikalischen intermezzo wie man früher im fahrstuhl sagte kommt jetzt noch die buchvorstellung von markus fiedler das ist ja nicht wahr woher weißt du das das ist ein buch vorstellen möchte vielleicht haben wir vorher darüber geredet ja das könnte wir sprechen uns vor der sendung ab das gibt es ja gar nicht also es ist ja also ich habe hier ein buch das ist das ist von deinem busenfreund dirk und zwar oder andersrum es geht um deinen busenfreund nicht von deinem busenfreund also es geht nämlich um michael butter den du ja heiß und ähnlich liebst ja und zwar das ist so eine art verbalsadismus und zwar haben wir hier das buch von anska schneider stigmatisierung statt aufklärung und das ist wieder aus dem peace press verlag und das ich habe dieses buch hier wirklich schon so aufgefressen deswegen habe ich das auch fast nicht wiedergefunden das exemplar es ist sehr 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 schön also es geht ja um dieses buch von dem habe ich mir erfolgreichen namen verdrängt von michael butter eigentlich und der michael butter hat ja eine streitschrift zur niederwerfung sämtlicher verschwörungstheoretiker herausgebracht ja und das hier ist sozusagen die replik und die setzt sich sehr 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 detailliert mit dem auseinander was der michael butter so an verschwörungstheorien verbreitet und oder habe ich gesagt an ich meinte über verschwörungstheorien ich habe ich total versprochen so und ja und das hier ist so die sehr detaillierte replik und man merkt dann halt wo da heiß luft drin ist entweder bei dem michael butter oder bei dem anska schneider anska schneider beschäftigt sich ganz ausführlich mit den physikalischen gegebenheiten zu 9-11 das habe ich auch schon mal gesagt das fand ich persönlich immer sehr interessant also wenn es dann auf einmal um den freien fall geht wo man merkt vor freier fall bei einem gebäude was durch brand eingestürzt sein soll dann auch noch symmetrisch und dann auch noch für 32 meter oder acht stockwerke im freien fall das geht nicht und wer sich damit genauer beschäftigt aber damit beschäftigt sich michael butter ja gar nicht er sagt einfach nur pauschal das sind verschwörungstheorien also physik und anska schneider ist physiker sind verschwörungstheorien also wir lernen immer noch neues dazu und ich kann nur jeden empfehlen dieses buch einmal sich zur hand zu nehmen peace press verlag stigmatisierung statt aufklärung bitte bitte lesen es macht spaß vor allen dingen für die leute die die einfach auch sehr viel über dieses michael butter gehört haben und einfach mal was anderes lesen wollen butter bei die fisch das war doch das was der bodo freund bodo ja da werden wir auch noch zu kommen dessen verfahren steht ja demnächst an also bodo wir drücken dir die daumen dafür und also ich denke damit sind wir durch oder hast du noch was anderes was du loswerden willst ne jetzt bin ich vollkommen sprachlos vor allen dingen weiß ich wieder nicht was ich zur europawahl wählen soll also ich denke wir sollten irgendwann nochmal diesen begriff verschwörungstheorie auseinander nehmen also das hat der Herr Unzicker hat das gemacht auf eine sehr gute weise man kann aber auch noch von der philosophischen definition rangehen das würde ich gerne mal machen vielleicht sollten wir uns da nochmal beschäftigen das hört sich keiner mal an weißt du was die Typen die verschwörungstheorie sagen da geht es nur um Dummschwätzerei es ist Dummschwätzerei das ist das Einfachste also sie wollen die Leute für dumm verkaufen das ist es nämlich und deswegen da brauchen wir gar nicht lange zu philosophieren sie nutzen das Wort nicht im ursprünglichen Sinne sie nutzen es in einer diskreditierenden Form und das ist Dummschwätzerei das meine ich ja wenn wir jetzt in die gültige Wissenschaftsdefinition gehen und was ist eine Theorie was ist eine Hypothese was ist ein Experiment dann kann man das schön eigentlich schön auseinander nehmen und auch zeigen warum aber das machen wir nicht jetzt ich würde das gerne mal machen also freuen sie sich auf eine der nächsten Folgen aber in der nächsten Folge wird es nicht kommen okay gut also tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020